So, Sie sind die letzten Überbliebenen dieser langen Tagung. Sie haben es wirklich bis zum bitteren Ende geschafft. Sie sind jetzt hier und nach diesem Apera sogar nochmal in die tolle Studentenschulbank zu drücken. Herzlich willkommen in der After-Hour-Session. Es geht um die Geschichte einer Mondlandung. Also ich habe eigentlich gesagt, heute jetzt nach dem Apera gehe ich heim schlafen. Aber jetzt, wenn das so der Titel da ist, das ist heute wirklich noch spannend. Wer wollte schon nicht mal auf den Mond gehen? Ich freue mich sehr, Wladimir Ritschicki und Michaela Rentsch begrüssen zu dürfen an dieser After-Hour-Session. Ihr werdet quasi zeigen, eben gerade mit dieser Thematik, mit dem Festbereich und wie kann man in diesen doch relativ fixen Strukturen einer öffentlichen Ausschreibung weiterkommen. Das finde ich gespannt. Ich habe, wie gesagt, ich muss wahrscheinlich wirklich jetzt mich langsam ausklinken, aber die kurze Begrüßung, die ich mache, habe ich sehr gerne gemacht und freue mich jetzt, dass ihr dann noch die Fackel weiter trägt bis in die tiefe Nacht hinein. Herzlichen Dank, Matthias. Dankeschön. 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 20 Sekunden und counting. 15 Sekunden. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Auf-Tower-Session. Mein Name ist Wladimir und ich fühle mich gerade dreifach geehrt. Zu einem, dass Sie alle zu dieser späten Stunde doch noch zu uns gefunden haben. Zum Zweiten, dass ich schon das dritte Mal in Folge in diesem Jahr einen Beitrag leisten darf an dieser Konferenz. Herzlichen Dank für. Und definitiv, last but not least, dass ich dieses Referat nicht alleine, sondern gemeinsam mit Michaela halten darf. Michal erinnert. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Ich war letztes Jahr da, da wo Sie jetzt sitzen, auch in der Auf-Tower-Session, tatsächlich auch bei Wladimir. So schnell kann es gehen, dann ist man auf der anderen Seite. Wer weiß, vielleicht nächstes Jahr für Sie hier eine Runde. Ich bin als Vertreterin von der FinCons Group da, dadurch, dass es hier Beschaffungskonferenz ist, vielleicht dazu noch der Hintergrund. Wir sind Rahmenvertragspartner von der SBB über einen WTO-Rahmenvertrag, der ausgeschrieben wurde, für strategische Partner im Kontext Softwareentwicklung. Das ist, glaube ich, so die Grundlage für alles, was jetzt dann kommt bei unserer Mondlandungsreise. Vielen Dank, Michaela. Ich müsste etwas über meine Person beichern, und zwar die letzten vier Jahre habe ich bei der SBB auch stolz einen Mitarbeiter von dem Team und Unternehmen verbracht. Jetzt bin ich innerhalb, also während den letzten drei Monaten als ganz bescheidener Unternehmensberater unterwegs. Und ich hoffe, diesen Vortrag wird Ihnen gefallen. Aber ich würde sagen, wir starten mal. Michaela, wie ging die Geschichte genau? Es ist eine relativ lange Geschichte, und deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wo wir anfangen sollen. Was meinst du? Ja, in der Tat, solche Sourcing-Geschichten sind nicht einfach zu erzählen. Es gibt wie kein Anfang und kein Ende. Es gibt einfach ganz viele Themen, die sich ergänzen. Und dafür vielleicht könnten wir einen Raster zur Hilfe holen. Und den Raster sehen wir hier. Was glaubst du? Würde es dir jetzt einfacher fallen, das Ganze zu erzählen? Ja, doch, ich glaube, das könnte klappen. Womit fangen wir an? Ich werde diesen Raster erst einmal erklären. Sie haben, werte Damen und Herren, heute schon von Canvas gehört. Es gibt ganz viele Canvas. Es ist ein Hyperbegriff. Es funktioniert irgendwie überall. Die schießen zum Boden wie die Pilze. Und hier ist auch ein Canvas. Es ist nicht der Canvas. Es ist einfach ein Instrument zum Darstellen in dieser Session, worüber es hier geht, worüber wir hier sprechen. Auf dem Canvas sieht man in etwa die Komponenten von einem jeden Sourcing-Deal. Wenn es darum geht, etwas zu sourcen, machen wir es nicht einfach so, weil es lustig ist, sondern weil wir eine Produktvision haben. Wir möchten wohin kommen. Und diese Produktvision, die kommt zustande aufgrund von einer Zusammenarbeit von zwei Parteien. In diesem Fall ist es die FinCons Group mit Fähigkeiten, eigenen Mitarbeitenden und die SBB auf der anderen Seite. Die SBB hat natürlich gewisse Rahmenbedingungen, gewisse Ausgangslage, gewisse Erwartungen. Einfach als Auftraggeberin möchte sie einen Rahmen setzen. Auf der anderen Seite haben wir die Lieferantin, die kommt mit Konditionen daher. Und das Ganze passiert natürlich nicht auf der grünen Wiese. Die Zeiten sind vorbei. Das passiert auf einer Ausgangslage, die natürlich gezeichnet ist durch die Geschichte. Wir haben bestehenden Code, wir haben bestehende Leute. Und damit das alles funktioniert, haben wir das verbindende Element hier in der Mitte. Und das sind die sogenannten Rules of the Game. Also wie arbeiten wir denn zusammen? Was wir machen werden in den nächsten Minuten, wir werden diesen Canvas durchgehen und Ihnen probieren aufzuzeigen, wie ging denn unsere Geschichte und wie sind wir eigentlich auf dem Mond gelandet. Michaela? Gut, ja fangen wir vielleicht mit der Produktvision an. Was meinst du? Ich fange es mal an vorzulesen. Sämtliche sperrberechtigten Personen, die einen sicheren und den Vorschriften entsprechenden Sperrprozess und so weiter. Kurz gesagt, die Produktvision von dem Projekt, was wir gemeinsam umsetzen konnten mit der SBB, war das Leben für die Bauarbeiter, die an Gleisen arbeiten, sicherer zu machen. Okay, also wenn ich jetzt richtig verstehe, das hier war keine Anwendung für welche Bürogummis, Mickey Mouse, es funktioniert, wenn nicht, dann ist es ja nicht schlimm, sondern das könnte sogar Menschenleben retten. Genau so ist es. Das Leben von den Leuten, die im Endeffekt dafür sorgen, dass die Gleise so intakt sind, wie wir es uns wünschen bei der SBB. Okay, also deswegen der Helm hier als Sicherheitssymbol. So ist es. Ausgezeichnet. Jawohl. Und das Ganze ging ja nicht einfach so auf den grünen Wiesen los. Wie gesagt, wir leben in Zeiten von Updates, Upgrades, neuen Versionen. Und ja, auch hier hatten wir mit einer Vorgeschichte zu kämpfen. Ich probiere es so darzulegen. Wir haben es einen schönen Tag in die Augen geschaut mit dem Kollegen, so ganz, ganz tief in die Augen geschaut und haben gesagt, ja, wir haben ein Problem. Wir haben eine Anwendung. Kennt ihr die? Kennen Sie die Zombie-Anwendungen? Die sind nicht so richtig tot, aber die werden auch nicht so richtig gebraucht. Das ist etwas dazwischen. Man hat sie noch so gerne, aber eine solche Anwendung hatten wir auch damals bei der SBB. Und die Schwierigkeit war, die Anwendung war recht hochtechnisch verschuldet. Das heißt, das war nicht der schönste Code. Der war unschön anzusehen und der war noch hässlicher anzufassen. Und irgendwo waren wir in dieser Agonie unterwegs und die Frage war, ja, was machen wir jetzt? Werfen wir es weg? Wollen wir es jetzt neu bauen? Das kostet ja alles. Wie machen wir das? Und im Endeffekt haben wir im Rahmen von einem Dialog mit der Fachabteilung, mit der Division ausgekriegt, ja, doch, wir möchten eine solche Anwendung ja haben. Aber es darf nicht länger als zwei Monate dauern, dass wir die Anwendung wiederbeleben. Wir haben nicht das ganze Geld der Welt dafür. Wir haben einen vorgeschriebenen Technologiestack. Und übrigens, es ist die letzte Chance. Wenn es uns nicht gelingt, dann ist der Image-Schaden relativ groß. Und das war die Ausgangslage, so wie ich sie erlebt habe. Ja, ich glaube, ich kann das unterstreichen. Also als die SBB auf uns und auf auch die anderen Partner zugegangen ist, war so die Frage eben, kann dieses Thema weiterleben? Können wir den Zombie wieder in irgendeiner Form wiederbeleben, sodass er wirklich live gehen kann? Oder muss man ihn vielleicht endgültig irgendwo verscharren? Und deswegen haben wir uns auf eine Reise gemacht. Und das war keine Reise nach Ostermundigen. Das war eher so die Reise auf den Mond. Weil es hat uns alles so unreal, ist es uns vorgekommen nach dem Motto, ja, wir haben sehr, sehr harte, enge Rahmenbedingungen und wir probieren es jetzt trotzdem. Klappt es echt? Und das alles, ich nehme das Ende vorweg, hat sehr, sehr, sehr gut geklappt. Wir haben ein fulminantes Ende erlebt in der Geschichte. Und das wäre nicht möglich, ohne die ganzen Fähigkeiten, welche hier zusammenkamen, zu vereinen. Genau, vielleicht fange ich mit der FinCons-Seite an. FinCons ist recht lange schon mit der SBB unterwegs. Das heißt, wir haben ein entsprechendes Bahn-Know-how mitgebracht auf diese Reise. Wir haben eine Erfahrung auch mit anderen Kunden, anderen Projekten im agilen Entwickeln von Themen, die eine gewisse Komplexität mitbringen. Wir hatten, beziehungsweise haben ein sehr erprobtes Near-Shore-Center in Süditalien, was dazu geführt hat, dass man so dieses Thema, wir haben ein knappes Budget begegnen konnte. Und wir sind mit unseren Kunden lange unterwegs. Also das heißt, wir kennen auch so das Partnerschaftliche, wo man sich auch, wir haben es ja heute schon ein paar Mal gehört, das kommt beim agilen Vorgehen, vielleicht nicht so sehr darauf an, dass man genau das Ziel festlegt, aber man muss wissen, wie man miteinander umgeht. Und da in die Partnerschaft zu kommen, das ist das, was wir mitbringen konnten. Genau. Und auf der Seite der SBB haben wir auch einige Fähigkeiten. Wir hatten natürlich ein tiefgreifendes Bahn-Know-how, logischerweise. Klar, wer denn, wenn nicht der SBB? Aber der SBB ist groß. Die SBB ist zwar im Rahmen einer agilen Transformation unterwegs, aber das ist nicht ein 200-Mann-Betrieb, das ist viel, viel größer. Das heißt, wenn man sagt, man transformiert agil, heißt es nicht, dass jede einzelne Anwendung auch agil arbeitet und den agilen Mindset trägt. Und wir haben festgestellt, ja, also die agile Erfahrung in der Ecke von dieser Anwendung, die ist noch nicht so richtig auf dem Punkt. Wir haben festgestellt, wir haben keine Kapazität, das zu stemmen aus der internen Kraft. Und wir haben festgestellt, ja, der Feature Set, also die Anforderungen an die neue Anwendung, an den neuen Release, die waren extrem volatil. Ja, wir waren nicht in der Lage zu sagen, das ist es und das ist das Pflichtenheft und fertig. Wir haben so ziemlich in einem Tagesrhythmus oder Wochenrhythmus fleißig die Meinung und Haltung geändert. Und das hat natürlich nicht zwingend beigetragen. Positiv. Genau. Soviel zu den Fähigkeiten. Michaela, ich glaube nicht dran, auch jetzt nachhinein, dass ihr euch mit euren Fähigkeiten und eurem Selbstbewusstsein einfach so auf die Geschichte einlassen würdet, weil die Ausgangslage war doch etwas prekär. Das ist so, ja. Letztendlich hatten wir die Möglichkeit, durch den Minitender, den die SPB an alle Partner gegeben hat, zu sagen, ja, wir wollen da mitmachen, wir wollen gerne ein Review durchführen, wir wollen uns die Katze im Sack ein bisschen anschauen und haben dann im Endeffekt den Auftrag gehabt, mit auch noch einem anderen Partner zu der Zeit, zu schauen, okay, wie ist der Zustand der Applikation, wie kann man die retten, ist es möglich, das als Dienstleistung zu machen, sind die vertraglichen Konditionen, kann man das im Nearshow machen, kann man irgendwo das zu einem günstigen Stundensatz hinkriegen, also so dieses generelle, wie und ob überhaupt, das war so die Frage von unserem Review. Und letztendlich hat es darin gemündet, dass wir festgestellt haben, mit unseren Architekten, die sich auch die Applikation angeschaut haben, ja, wir glauben, wir können das und ja, wir glauben auch, wir können das im Nearshow und ja, wir machen das auch noch zum Festpreis. Und wie Sie sehen, bei dem Review sind nicht alle gerade dran gewesen zu reviewen, es gab welche Personen, die etwas außen vor gestanden haben und haben sich das angeschaut und ein bisschen misstrauisch zugeguckt, wird das echt etwas. Weil, ja, die Vorgeschichte hat uns eine Lektion verpasst. Und es ist etwas worden, weil die SBB hat schließlich gesagt, ja, den Review-Ergebnissen und Erkenntnissen, wir glauben dran, wir spüren dort authentischen Willen zu helfen und das war uns dermassen wertvoll, dass wir gesagt haben, jawohl, wir machen mit, aber Rules of Game, die wir uns jetzt auferlegen, haben drei Komponenten und die sind uns sehr, sehr wichtig. Wir haben zu einem gesagt, ja, Festpreis gern, aber nicht einfach einen gewöhnlichen Festpreis, sondern einen agilen Festpreis hätten wir gern. Vielleicht kennen Sie, nein, Sie kennen agilen Festpreis schon aus den heutigen Sessions zu genügen. Was heißt es im Endeffekt? Agiler Festpreis heißt, wir haben einen Geldbetrag, wir haben eine Burnrate respektive, die Kapazität der Ingenieurs, die dreht mit einem gewissen Speed, das kostet jede Woche und jeden Monat einen fixen Betrag und dieses Budget wird aufgebraucht, indem die Produktionsstraße, die Entwicklung gefüttert wird mit adäquatem Inhalt. Das ist agiler Festpreis. Viel mehr ist es eigentlich nicht. Und wieso haben wir den agilen Festpreis überhaupt appliziert? Ja, das ist relativ einfach und diese Sourcing-Architektur lässt sich wiederum schön auf einem solchen Canvas abbilden. Agile Festpreis hat etwas zu tun damit, dass unser Partner gesagt hat, ja, wir können euch Werkdienstleistung, Personalverleih offerieren, also war das möglich, diese Form. Wir haben festgestellt, die agile Erfahrung, die wir nicht besitzen in dieser Ecke, kann uns die FinCons kompensieren, also sehr gut. Wir haben auch aber gewusst, dass wir den Feature-Set sehr volatil haben, also gefundenes Fressen für was? Für agilen Festpreis. Weil agiler Festpreis sagt was einem. Agiler Festpreis sagt dem Anforderungssteller, mein Lieber, Woche für Woche gibst du jetzt Geld aus. Du hast zwei Möglichkeiten. Du schaust dem Geldstrom einfach zu, wenn es einfach so zum Fenster rausfließt, oder setzt du dich hin und du wirst die Ingenieurs mit adäquatem Inhalt füttern. Das sagt der Agile Festpreis. Und diese Masche haben wir selber auferlegt. Freiwillig. Und ja, was ist der Zusammenhang mit der Gerätchenfrage? Zwölf Monate, was ist der? Ja, in der agilen Welt reden wir von multidisziplinären Teams. Wir reden von einem Team, wo der Auftraggeber Teil von dem Team ist. Das heißt, der wird Teil von der Lösung und Teil von dem Problem gleichzeitig. Und genau diesen Effekt haben wir angestrebt. Wir möchten sie im Board haben. Wir möchten keine Zuschauer. Wir möchten Team-Members. Genau. Deswegen agiler Festpreis. Nicht, weil es fancy ist, sondern weil wir es wirklich notwendig hatten. Der nächste. Wieso denn BIS-DevOps-Sourcing? BIS-DevOps ist der annäuer Ansatz, wir werden nicht nur Entwicklungskapazität einkaufen, sondern nein, wir möchten eine Partnerschaft. In der Partnerschaft geht es darum, dass uns die Anwendung entwickelt wird. Aber die wird nicht nur entwickelt, die wird auch betrieben nachher durch den externen Partner. Und die wird nicht nur betrieben nachher durch den externen Partner, sondern auch die wird fachlich weiter überlegt und transformiert in neue Versionen. Das heißt, wir liefern uns wie dem Schicksal eine Team-Kunst-Gruppe aus und das freiwillig. Aus welchem Grund? Weil es lustig ist? Nein, überhaupt nicht. Ist es riskant? Nein. Wieso? Die Antwort liegt auf der Hand von einem erfahrenen Software-Ingenieur. Wenn er eine Anwendung in die Hände kriegt, in den Finderkrieg, und da drin ist so viel technische Schuld vorhanden, kommt er ganz sicher nicht auf die Idee, die Anwendung jemandem zu geben, damit er dort dran basteln kann, um es wieder zurückzukriegen. Weil es kommt zurück, ziemlich garantiert in dem schlechteren Zustand als vorher. Ziemlich sicher. Das ist ziemlich vorprogrammiert. Der erfahrenen Software-Ingenieur sagt, okay, ich gebe die Anwendung. Wir beide wissen, das ist technisch verschuldet und wir beide wissen, du wirst sie betreiben und weiterentwickeln nachher. Daher solltest du vielleicht zusehen, dass du die Anwendung in einem Zustand pflegst, wo der Name Software-Anwendung verdient. Deswegen, wir haben genau bis der Hop-Sourcing als Alternative gewählt, aus der Not, wieder nicht, weil es fancy oder lustig ist. Last but not least, Nearshore. Relativ simpel, die Fincons hatte keine Kapazität im Inland, das war nicht so das Problem. Übrigens eine ganz normale Erscheinung mittlerweile heutzutage auf dem Markt. Sondern, ja, wir hatten auch ein knappes Budget und im Nearshore war halt schon etwas tiefer und wir hatten, Achtung, eine Shoring-Initiative unterwegs gehabt. Das heißt, das strategische Interesse von dem Unternehmen war es, Shoring zu lernen, Shoring zu tun, Shoring zu generieren. Und wiederum deswegen aus einem klaren Grund haben wir uns dazu bewegt gefühlt, in ein Nearshore einzusteigen und zwar freiwillig und sehr bewusst. Vielleicht ergänzend dazu, eben, wir haben ja die Reise zum Mond. Warum? Einfach, weil man zum einen ein hehres Ziel hatte, nämlich Sicherheit für die Menschen an der Bahnstrecke, an den Baustellen zu verbessern. Zum anderen aber, weil eben dieses ganze Thema Shoring in dem Kontext mit dem Kunden ein neues war für den Kunden. und dementsprechend auch da Neuland, was man betreten wollte. Vielen Dank, Michaela. Genau so hat es sich angefühlt, wie eine Reise auf den Mond. Jetzt sehen wir den Canvas in der vorigen Blüte. Also so hat und so sieht auch die Shoring-Architektur heutzutage aus. Der Deal ist immer noch unterwegs, die Anwendung ist gebaut und an der Anwendung wird weitergebaut, genau nach diesen Prinzipien. Und ja, es war ein ziemliches, ziemlich Adrenaliendisziplin wie am Anfang, weil, wie Sie sehen, wir haben drei Sachen probiert aufs Mal und alle drei waren für uns neu. Und alle drei in der Kombination kamen aus der Not. Aber ich glaube, jetzt, Michaela, könnten wir die Box endlich auftun. Wir könnten uns anschauen, was genau ist hinter diesen drei Begriffen. Lass uns doch konkret werden. Ja, ich glaube, es wäre so weit, auf jeden Fall. Lauter schockierte Gesichter. Letztendlich, wir haben es eben heute in der Session zum agilen Sourcing schon mehrfach gehört, kommt es im agilen Umfeld, im agilen Festpreis gar nicht so sehr drauf an, das Ziel zu beschreiben in vollster Blüte und Schönheit, sondern zu überlegen gemeinsam, wie kommt man da hin. Und das haben wir in dem Projekt gemacht, in dem wir ein Zusammenarbeitsmodell aufgebaut haben, was auf eine Seite gepasst hat. Also das ist die Original-Powerpoint-Slide, nach der, vielleicht der Hintergrund noch anders, aber grundsätzlich nach der das ganze Team gearbeitet hat. Und es mag verwirrend aussehen, letztendlich gibt es aber vier Prinzipien, die dem Ganzen zugrunde liegen. Möchtest du mal anfangen, Vladimir? Ja, ich fange gerne an und zwar mit einem meiner Lieblingsthema. Nein, mit zwei Lieblingsthemen. Wie Sie sehen, wie Sie vielleicht sehen und vielleicht erkennen Sie hier dieses Ding, das ist das Backlog. Backlog, dem sagen die agilen Leute, also Arbeitsvorrat heißt in der Agilität Backlog. Was zu tun ist, schmeißt man in den Backlog. Und aus dem Backlog nimmt man es raus und arbeitet man es ab. Wir hatten auch einen Backlog, nur unser Backlog ist etwas speziell. Und zwar in diesem Backlog haben wir nicht nur die Business Features unterbracht, also was ist zu entwickeln. Nein, wir haben da auch noch die technischen Schulden reingeschoben, im Wissen, dass es die gibt. Wir haben Ihnen einen Namen gegeben, wir haben Ihnen eine Bezeichnung gegeben, sogar eine Schätzung, die waren da drin. Wir haben da die Changes auch noch dabei gehabt und Achtung, wir haben auch die roten Backsteine reingeschoben. Was sind denn die Backsteine? die organisatorischen Hürden. Man sagt die ganze Zeit, keine Projekte scheitern aufgrund der Technologie. Das sind die Menschen, die da im Weg stehen, das ist die Kultur. Und trotzdem haben wir die Backlogs voll von Features. Wir haben den Fehler nicht gemacht, wir haben in dem Backlog auch genau die eigentlichen richtigen Probleme unterbracht. Das waren die Probleme von vielleicht etwas trägeren Organisationsformen, vielleicht Probleme in der Sprache, vielleicht Probleme ganz banal im Beschaffungswesen. Es appellerts Grüßen. Aber die haben uns im Weg gestanden, die haben uns einfach zurückgehalten in der Delivery und deswegen haben wir das so aufgezogen, dass wir sie sichtbar gemacht haben. Michana, magst du dich erinnern an den ersten Projektsteuerungsausschuss, wo wir die Anzahl der Items eingeblendet haben? Ja, das war recht beeindruckend, weil wir letztendlich zu dem Zeitpunkt eine recht hohe grüne Anzahl von Items hatten, also technische Schuld am Anfang des Projekts noch sehr, sehr hoch. Business Features waren noch nicht so viele da, weil man wusste noch nicht so genau, wo man bei den zusätzlichen Features hin wollte. Dafür hatten wir, glaube ich, fast genauso viele Organisational Items wie auch technische Schuld Tasks im Backlog. Und der Steuerkreis war entsprechend erfreut, aber konnte auch was entscheiden. Das ist ja auch schön. Genau, also wir haben den Projektsteuerungsausschuss etwas atypisch mit einem Bild konfrontiert, auf dem Bild hatten wir eine riesige Säule von organisatorischen Hürden drauf. Und die Leute haben uns angeschaut und gesagt, was ist das? Und dann haben wir erklärt, was es ist. Wir haben die alle aufgezählt, Beispiele gebracht und haben gesagt, ja, solange die Säule so hoch ist, werden wir keine sinnvolle Zeile Code hinschreiben können. Das wird nicht funktionieren. Und dann haben wir die Attention gewonnen und plötzlich konnte man Berge versetzen, weil wir die Botschaft übergebracht haben. Also das ist unser spezieller Backlog. Jetzt die zweite Spezialität, was ich gerne erwähnen möchte, ist der rote hier. Der rote, das ist Aufzählung von neun Kennzahlen, neun KPIs. Was ist denn so speziell an diesen KPIs? Wenn man über Werk redet, über Werkverträge, liegt es irgendwo nahe, dass man Kennzahlen dranhängt und sogar die Kennzahlen in den Vertrag unterbringt? Einverstanden? Wir müssen doch irgendwo etwas abnehmen. Sehen Sie mit mir? Gut. So etwas ist adäquat und geeignet für sogenannte transaktionale Geschichten. Transaktion kann ich mit Kennzahlen messen, die mir den Output misst. Transaktion bedeutet, bitte baue mir den Stuhl und wenn es da ist, werde ich mir den Stuhl anschauen und wenn es funktioniert und verhebt, dann zahle ich dir dafür die 50 Franken. Das ist eine Transaktion. Wieso ist es eine Transaktion? Es ist ganz klarer deterministischer Prozess. Der Lieferant nimmt einfach die Werkzeuge in die Hand und baut den Stuhl. Der hat schon 300.000 Stühle gebaut. Das ist Transaktion. Haben wir eine Transaktion gemacht? Wir haben alles andere als Transaktion gemacht und erlebt übrigens. Wieso denn nicht? Wir haben doch das Endprodukt gar nicht gekannt. Wir haben dem gar nicht richtig sagen können. Wir haben zwar eine Produktevision, aber die Features waren nicht bekannt. Wogegen soll ich bitte abnehmen in wenigen Monaten danach? Deswegen war es eine Transformation. Wir haben transformiert unsere Gedanken, unsere Haltung, wir haben transformiert die Vision in ein konkretes IT-Produkt. Dafür braucht man ganz andere Kennzahlen. Das sind Kennzahlen, die eigentlich die Arbeitsweise messen. Ich zitiere jetzt hier anwesenden Thomas Moritor, weil der Spruch, den er gebracht hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen und er hat mich beeindruckt und der ging folgendermassen. In einer agilen Welt, nein, in einer realen Welt, was kann man denn versprechen? Michaela, würdest du mir versprechen, dass du wieder hierher kommen in einem Jahr und einen Konferenz Beitrag leisten? Würdest du mir das versprechen? Nicht wirklich. Wieso denn nicht? Weiß ich, wo wir in einem Jahr sind. Wir könnten sagen, wir versuchen, dass wir hier sind und wir geben uns Mühe und wir finden coole neue Themen, aber ob es dann klappt, sehen wir dann wahrscheinlich in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr. Genau. Vielleicht gibt es mich nicht einmal in einem Jahr. vielleicht ist es Irland die Frage, wir wissen es nicht. Sie würde es mir nicht versprechen, legitimerweise. Aber was könnte sie mir versprechen, was könntest du mir versprechen? Dass ich gerade gesagt habe, ich könnte dir versprechen, dass ich mir größte Mühe gebe, dass wir wieder nächstes Jahr hier stehen. Das heißt, was man versprechen kann, ist Verhalten. Verhalten kann man versprechen. Man kann sagen, okay, in einem Projekt werde ich das Beste tun, mein Bestes, ich werde meine besten Leute schicken, ich werde dich nicht anlügen, ich werde alles offenlegen, das kann ich alles versprechen. Und wenn ich es verspreche, kann sich die andere Partei darauf einlassen, jawohl, oder einstellen, ja, das wird auch so klappen. Ich habe Vertrauen, ich pflege Vertrauen zu dieser Partei, weil die löst das Versprechen über das Verhalten ein. Und wenn das Verhalten passt, dann passt der Rest auch. Vielleicht noch aus der Provider-Sicht, was bei dieser KPI-Thematik für uns auch als FinCon sehr spannend war, ist, dass wirklich die gesamte Chain gemessen wurde, also der gesamte Prozess, mit dem wir gemeinsam mit der SBB auch entwickelt haben, wurde gemessen. Es war nicht nur, wir messen, was der Provider tut und ob der Output dann auch stimmt, sondern es war auch am Anfang in den Bereichen, wo die SBB, wo das Fachbereich noch im Lied war, wurde gemessen, ob das dann auch funktioniert. Und so konnte man gemeinsam Gesamtkonstrukt, was wir gemeinsam aufgebaut haben. Das heißt, es war nicht eine einseitige Thematik, sondern wirklich ein partnerschaftlicher Ansatz. Vielen Dank, Michaela. Ich gehe davon aus, dass wir einige Beschaffer und Einkäufe in der Runde haben und die fragen sich ja sehr häufig und legitimer Weise, sind denn die neuen Kennzahlen in dem Vertrag darin gewesen? Hat man das wirklich auch unterschrieben? Ja, haben wir. Und hängt an diesen Kennzahlen der Cashflow oder sind das einfach nur so unverbindliche Geschichten? Nein und nein. An diesen Kennzahlen hängt natürlich nicht der Cashflow. An 20% von diesen Kennzahlen ist der Cashflow gehangen, der Rest natürlich nicht. Und sind sie verbindlich? Ja, natürlich sind sie verbindlich. Was ist das Problem von einer Kennzahl, an der Cashflow hängt? Michaela. Ich weiß, das ist unsere Frage, weil... Sag es mir, Vladimir. Also, wenn ich als Anbieter eine Kennzahl unterschreibe, an der mein Cashflow hängt, das heißt, wenn die Kennzahl rot zeigt, bekomme ich kein Geld, mache ich was? Das mache ich dann. Ich werde alles dafür tun, dass die grün wird. Alles erdenkliche, ich werde aus meiner Trickkiste sämtliche Tricks rauspacken, dass es geht. Weil an der hängt Cashflow. Wieso mache ich das? Ja, weil ich sonst nicht überlebe. Interessiert jemanden, ob der Kunde daran verschuldet ist, eine Kennzahl rot werden zu lassen? Interessiert es jemanden? Das interessiert niemanden. Ich werde trotzdem abkratzen. Unterwegs. Und nachher komme ich so weit, dass ich sage, ich bin wirklich sehr enttäuscht von dem Kunden, weil er seine Beistellpflicht nicht erfüllt und Cash würde mir eigentlich zustehen. Und dann kann ich mich von dem Richter wirklich zerschellen. Und der Gerichtsfall kann nachher x Jahre dauern und alle werden sich einfach wahnsinnig aufregen. Dann bringt es etwas jemanden. Das bringt keinem irgendetwas. Deswegen haben wir den Fällen nicht gemacht. Genau, ja, letztendlich in dem Fall, den Wladimir gerade geschildert hat, ist es ja so, dass das Projekt deswegen nicht besser wird und auch die Partnerschaft nicht besser wird. Und das ist einfach in diesem agilen Kontext, glaube ich, ein wichtiger Gestandteil. was was vielleicht auch zu sagen ist, der Cashflow, der hing tatsächlich teilweise an genau diesen KPIs und zwar in einem Teil und dann sind wir vielleicht bei dem dritten Aspekt, den wir highlighten wollten in diesem Zusammenarbeitsmodell, dass es klare Verantwortlichkeiten gab. Man sieht es so ein bisschen an den Logos oben für die einzelnen Phasen. Es gab gemeinsame Verantwortlichkeiten in den frühen Phasen, also quasi da, wo man noch dabei war, die Anforderungen zu gestalten und zu beschreiben, dann aber in der Umsetzung war ganz klar die Verantwortung bei uns als Implementierungspartner und das war dann auch der Teil, wo wir uns committed haben, im Endeffekt auch im agilen Festpreis funktionierende Resultate in Form von Sprints zu liefern. Genauso habe ich es auch erlebt und du hast Sprints in den Mund genommen, Begriff Sprint ist genau die sogenannte Timebox, der nächste Passwort Sprint ist einfach ein Abschnitt in definierter Zeitabschnitt genau, wunderbar, der dauerte in unserem Fall drei Wochen und während dieser drei Wochen durften die Entwickler das entwickeln, was wir ihnen für die drei Wochen hingelegt haben, gemeinsam und wenn wir ihnen nichts Sinnvolles hingelegt oder hinlegen konnten, haben die Entwicklung trotzdem gekostet und wenn wir ihnen etwas Falsches hingelegt haben, haben die Entwicklung trotzdem entwickelt und fleißig Waste produziert. Das heißt, wir hatten es in der Hand, wie wir mit dem Budget umgehen, nur wir und kein anderer. Und ich glaube, Michaela, wir sind langsam soweit, dass wir über unsere Learnings reden könnten. Dann blende ich dich ein. Und vielleicht fange ich an in der rechten oberen Ecke, wenn ich darf. Wir haben vom ... Nein, ich fange in der Mitte. Das ist ein Astronaut. Der Astronaut bewegt sich irgendwie in den Weltraum und der Astronaut hat einen Kopf, mit dem Kopf trifft er Entscheidungen. Der Astronaut hat Sauerstoff im Rücken, ohne das überlebt er wohl keine Sekunde oben. Er hat Hände, weil der muss ja seine Instrumente bedienen, ein Handwerk beherrschen und er hat Kompass. Was hat er noch? Es ist ein Mensch. Es ist keine Maschine. Wir schießen keine Maschinen zum Mond. Es macht keinen Spaß. Er hat Herz. In dem Herz hat er ganz viel Empathie, ganz viel Menschlichkeit. Und ohne die Menschlichkeit wäre es nicht möglich, auf den Mond zu kommen. Es wäre nicht möglich. Und jetzt bin ich hier rechts oben an. Ja, unser Kopf, unser Verstand war ein Kollaborationsmodell, was wir gemeinsam auch gezogen haben. Wir haben das Modell gemeinsam definiert und gemeinsam ins Leben gerufen. Im Wissen, dass es vielleicht nicht perfekt ist, aber im Wissen, dass wir es gemeinsam getan haben, deswegen haben wir es gemeinsam auch getragen. Vielleicht ergänzend dazu, ähnlich wie ein Gehirn funktioniert, hat auch das Collab-Model funktioniert. Also sprich, wenn man gemerkt hat, irgendwas funktioniert nicht so, wie es dann auch gelebt wird, haben sich quasi neue Neuronenstränge gebildet und das Collab-Model wurde angepasst und adaptiert an das, wie es dann auch gelebt werden konnte. Also es war nicht nur irgendwo aufgeschrieben und jeder hat sich darüber gefreut, dass es existiert. Und auf jeden Fall hatten wir die Erfahrung machen müssen, ganz am Anfang, wenn das Collab-Model gestanden ist, dass wir am Tag eins das Collab-Modell, wir waren in der Versuchung das wegzulegen. Wir wissen, wie wir arbeiten, lass uns doch anfangen und lass uns nicht mehr die Zeit verschwenden mit Collab-Modells. Und die Erfahrungen haben wir, glaube ich, mehrere Wochen lang gemacht und wir haben uns nachher eine Situation vorgefunden, wo wir uns wirklich dazu zwingen müssten, nach dem Collab-Modell zu entwickeln. Das heißt, jeder Handgriff, jeder Einzelne musste in dem Collab-Modell so abgebildet sein. Töns war vielleicht jetzt nach einem ja, es ist doch bürokratisch und das macht man doch nicht so, aber was den Menschen ein bisschen Freiheit? Bullshit. In solchen Situationen ist Freiheit schon angebracht, aber erst, wenn die Disziplin vorhanden ist und das Verständnis für die Prozesse und die Modelle. Nachher ist die Freiheit angebracht, nicht vorher. Michaela, was meinst du, haben wir etwas anderes gelernt? Ja, ich denke schon. Also wenn wir vielleicht uns mal den Sauerstofftank anschauen, was war denn da drin, was waren die Werkzeuge, die alle mit im Gepäck hatten, die da auch beteiligt waren? Was hat uns geholfen, dort auf unserer Mondreise zu überleben? Letztendlich sichert das Know-how der agierenden Personen und Organisationen in der Kombination, die Fähigkeiten, mit dann aber auch der Kombination des Collab-Models, weil natürlich jeder mit seinen eigenen Erfahrungen da auch reingekommen ist, jede Organisation mit den eigenen Erfahrungen reingenommen ist und das Kollaborationsmodell hat das im Endeffekt dann zusammengebracht und im Endeffekt ein gemeinsames Verständnis und eine Vertrauensbasis geschafft. Sicher der agile Festpreis als Grundlage auch quasi des gemeinsamen Tuns, weil das einfach auch das beste Modell war, das beste Konstrukt war, vertraglich gesehen, um zu so einem Ziel zu kommen mit diesem Kontext. Wir haben das Tooling, also sprich die Entwicklungswerkzeuge, die Tracking-Tools, wir haben es vorhin schon gehört, das Backlog, das wurde alles auch entsprechend von diesem Kollaborationsmodell aufgebaut, auch das war am Anfang eines unserer organisatorischen Hürden, um das vielleicht noch nachzuschieben und was sicher auch geholfen hat in dem Fall dem Kunden, ist, dass das einfach ein Shoring-Standort war, den es schon eine Weile gibt, wo wir als Anbieter wussten, wie der funktioniert, wie wir zusammenarbeiten, was funktioniert, was nicht funktioniert. Wunderbar, und ich fahre gleich weiter, und zwar mit der Aussage, die ich schon mal formuliert habe, ja, wir haben ein Backlog gehabt mit sämtlichen Arbeitsvorräten darin, inklusive organisatorischer Hürde, das ist der Prinzip von der sogenannten KEDAR-Scorecard und aus der gleichen oder unter dem gleichen Brand sind die KPIs entstanden, welche unsere Beziehung gemessen haben, also ich wiederhole es noch einmal sehr gern, wir haben mit unseren KPIs nicht Output gemessen, oder nicht nur, sondern die Qualität unserer Beziehung. Sie haben Kunden, einen Lieferanten und etwas, was sie verbindet. Messen Sie nicht den Lieferanten, my personal advice. Messen Sie die Beziehung, die entstanden ist und scheuen Sie sich nicht davor, sich selber zu messen. es fällt Ihnen nicht aus der Krone und Sie werden vielleicht ein paar interessante Sachen über sich selber erfahren. Genau, Michaela, sagst du etwas über das Herz? Ja, gerne. Ja, wir haben es vorhin gehört, es sind Menschen, die da am Werk sind, wir bauen nicht irgendwelche, es sind keine Roboter, die da Software bauen, die da gemeinsam auf eine Mission gehen und von dem her war das ganze Thema Teaming, auch gerade mit der Vorgeschichte sehr, sehr wichtig, Integration von den Fachbereichen, die wirklich dann sehr begeistert mittlerweile auch dabei sind, die es ermöglicht haben, dass unsere Entwickler, die immer mal wieder auch vor Ort dann in Bern waren, zum Einsatzfeld gekommen sind, die sind wirklich mit auf die Baustelle, konnten sich anschauen, was denn da so passiert und wie sich das anfühlt, wenn so ein Zug ein paar Meter weiter vorbeifährt, sie durften mit sich anschauen, wie auch die andere Benutzergruppe arbeitet, also dementsprechend hatten die Entwickler wirklich viel Einblick auch drin, was der Fachbereich denn sieht, was der braucht, was dem seine Lebensrealität ist, wofür die Applikation auch gebaut wird und das war für die ein sehr, sehr großer Gewinn und für das Gesamtprojekt ein Gewinn. Eben, man hat sich getroffen, nicht nur zur Arbeit, sondern auch nach der Arbeit, also die Besuche gegenseitig, da war immer volles Programm von morgens bis abends, ich glaube nach der Woche, wie das jeweils gedauert hat, waren dann auch alle recht vor, wenn sie nach Hause ins Bett konnten und last but not least das Thema Transparenz, also wir haben die KPIs und wir haben immer im Endeffekt mit der SPB zusammen zwischen uns, es war klar, wir haben Open Book, also sprich, der Kunde konnte zu jeder Zeit sehen, was wir tun, wir wussten, wo, unsere Entwickler wussten, wo der Fachbereich gerade unterwegs ist, das heißt eigentlich das Thema Open Book, keine Überraschung. Genau, und wir kommen gleich zum Schluss, ich möchte noch einen Trick machen, Michaela, erzähl uns vielleicht mit zwei, drei Sätzen, wieso habe ich das Ende aus fulminanten Erfolg bezeichnet, was ist jetzt passiert? Ja, letztendlich ist es so, dass die Applikation live ist, es ist im Rollout, die Benutzer sind glücklich und es ist sogar so weit gekommen, also sprich, wir sind jetzt auch irgendwo im DevOps-Approach, weil die Wartung jetzt auch angelaufen ist und letztendlich ist es so, dass der Fachbereich sich gewünscht hat, mit den neuen Erfahrungen, dass die Applikation, die ja vorher, wo er nicht so großer Fan von war, weiterentwickelt wird, neue Features kriegt und sich wirklich aktiv dafür eingesetzt hat, dass das Projekt in eine neue Runde geht und weiterentwickelt werden kann. Genau, und genau deswegen habe ich jetzt die Folie eingeblendet und ich würde sagen, finde es einen Unterschied. So sind wir gestartet und jetzt enden wir in einem Zustand, wo wir uns fast nicht retten können vor den Aufträgen, man hat extra viel mehr Appetit auf mehr von dem Produkt und man redet sogar von Konferenzen europaweit, dass ich vielleicht verraten darf, reden darüber, dass man dort das Produkt vorstellen möchte und das ist eigentlich unsere Geschichte einer Mondlandung, das war unsere Mondlandung und und jetzt haben Sie, liebe Damen und Herren, teilgenommen an dieser Reise und wir stellen Ihnen nun für Fragen bereit. Bitteschön. Wie muss ich mir diese KKFs und der Beziehung vorstellen? Genau, also stellen Sie sich Folgendes vor. Ich mache vielleicht zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist die Nummer drei. Nehmen wir die Nummer drei. In der Nummer drei geht es um Folgendes. Die Rede ist vom NCO. NCO steht für Merginal Cost of Ownership. Nicht wichtig, viel wichtiger ist es, dass wir unsere Zusammenarbeit in der Entstehungsphase von den Features gemessen haben, und zwar so, dass wir folgenden Trick eingesetzt haben. Die Fachabteilung hat ja ihre Features Design beschrieben. Und die IT hat das entgegengenommen, studiert und jeder hat sich ein Bild davon gemacht. Und nachher haben wir gepokert. Wir haben in Poker gespielt. Und zwar haben wir gesagt, jetzt sollen Sie zusammenkommen und Sie sollen gleichzeitig dann Ihre Karten aufdecken. Und auf den Karten steht die Einschätzung von der Komplexität von einem Feature auf der fachlichen Seite und die Einschätzung auf der technischen Seite. Wenn wir festgestellt haben, die beiden schätzen es gleichmäßig schwierig oder komplex ein, dann ist es Ausdruck von was? Es ist Ausdruck dessen, die haben es wahrscheinlich gleich verstanden, was da gefordert wird. Und es ist auch Ausdruck dessen, dass die Fachseite ihre Software kennt. weil die weiß auch, wir fordern etwas von den Jungs, wo wir noch gar nicht wissen und wahrscheinlich ist es komplex. Mit dem haben wir Feature für Feature diesen Poker gespielt. Und auf dem Poker haben wir nachher gesehen, Bewegung auseinander in den Einschätzungen, also werden Differenzen immer größer oder aufeinander. Und Sie können raten, welche Bewegung passiert ist. Bewegung zueinander. Und der Punkt ist der, die Bewegung war nicht einfach Bauchgefühl, wir glauben, es funktioniert, sondern die Bewegung war faktenbasiert aus der Zeremonie von diesem Knowledge at Risk Poker. Und das können Sie einblenden auf dem Beamer, da können Sie eine Trendledie drüberlegen, das sind Fakten, die klare Sprache sprechen. Zweites Beispiel. Michaela, welches nehmen wir? Ich finde eigentlich tatsächlich die Business Demand Quality ganz schön. Ähnliches Thema, da ging es ja auch darum zu messen, wie viele von den Fachanforderungen, die quasi über den Zaun Richtung IT gegeben wurden, versteht denn das Entwicklungsteam? Ist in der Qualität, dass das Entwicklungsteam direkt sagen kann, ja klar, verstanden, wir laufen los, wir nehmen das in den nächsten Sprint? Oder was kommt wieder zurück und zu sagen, wir haben leider nicht verstanden, wo ihr hin wollt, könnt ihr das und das noch detaillieren, ist es jetzt so oder so genau gemeint? Und das war für uns auch ein wichtiger Indikator zu verstehen, wie gut funktioniert diese Vorphase, wie gut kommt im Endeffekt auch das Kerosin in unsere Rakete, die dann im Endeffekt uns ein Stück weiterbringt. Genau. Und das Dritte, um eben die Zahl zu erreichen, ist vielleicht die Business Delivery Pace. Das ist die Nummer eins hier. Wir haben uns angeschaut, wie viele Business Features schaffen es tatsächlich bis ans Ende der Produktionsstraße tatsächlich, wie viel von diesen schwarzen Dinger wirft die Maschine ab. Weil ja, wir könnten schon noch so viele technische Schulden abbauen, Wachs flicken und uns mit Organisation beschäftigen, aber der Punkt ist, Kunden Mehrwert generieren. Und der Kunde ist die Person auf dem Gleis, die nicht umgefahren werden möchte. Und mit dem haben wir immer eine klare Kennzahl und Hinweis drauf gehabt, hey, ihr seid etwas zu fest mit euch beschäftigt oder ja, ihr liefert eigentlich in einem adäquaten Tempo Business Features. Wir möchten nicht von keine sehr. Wir möchten adäquaten Business Delivery Speed. Und das sind die KPIs gewesen. Wir haben davon natürlich noch viel mehr und die können wir nachher gerne offline diskutieren. Können Sie noch etwas über die Changes sagen? Was ist ein Change und hat ein Change zur Erhöhung des agilen Festpreises geführt? Okay, also der Change, was ist ein Change? Change ist eine Meinungsänderung. Genau dann, wenn wir das Gefühl gewonnen haben, das ist wichtig, wir haben das Gefühl gewonnen als Team, als Einzelentwickler, als Tester, ey, das ist neu, das haben wir doch nicht so damals gewollt. Ist was passiert? Wir haben lediglich das Feature blau angestrichen. Blau. Welche Konsequenzen hatte es? Erstaunlich weniger. Weil wir haben gewusst, ja, wir werden, wir haben so diesen volatilen Feature Set und wir haben dieselben Leute, die den Feature Set vorher gepflegt haben, also wir werden tausendmal die Meinung ändern, also haben es gewusst. Wir haben einfach nur gesagt, wir wollen es spüren und wissen, wie fleißig wir die Meinung ändern. Wieso denn? Weil, wie gesagt, es gibt kein lieber Gott, wo uns noch mehr Budget aus dem Himmel herunter tragen würden. Nein, wir hatten einfach ein festes Budget. Das heißt, wir haben dem Fach einfach mitgeteilt, schaut, wenn ihr zu fleißig die Meinung ändert, dann geht das Geld aus irgendwann und am Tag zwei ist es einfach nicht fertig. Das heißt, probiert vielleicht etwas stabiler zu werden in der Meinung, weil sonst haben wir einfach gemeinsam gar nichts erreicht und das ist euer Geld, nicht unser. Und deswegen haben wir gesagt, nein, das Budget bleibt fix. Changes sind etwas, was innerhalb von dem Budget Platz haben muss. Thomas kann es vielleicht bezeugen, in seinem Agile Agreement ist es sogar minutiös beschrieben, wie geht man mit einem Change um. Es geht nicht darum, noch mehr Geld zu kriegen, sondern vielleicht etwas, was bestehend als Feature drin ist, zu ersetzen mit der neuen Meinung. So sind wir umgegangen. Und die Anzahl der Blauen war genau der Indikator nicht für uns, sondern für die Fachseite, hey, möglicherweise werden wir bald in Probleme reinlaufen. Vielleicht ergänzend noch dazu, die Changes wurden einfach auch, weil man auch diese Volatilität kannte und auch gesagt hat, da möchte man einen besonderen Augenmerk drauflegen, um auch ein gewisses Ziel zu erreichen, wurden auch jeweils in den Steering Committees besprochen. Weil man auch gesagt hat, da sind im Endeffekt die Menschen, die dann auch letztendlich, wenn es wirklich zu Konflikten kommt, was bleibt jetzt drin, was kommt raus, was kommt neu rein, die das dann entscheiden und bei ihren Fachvertretern dann wieder im Endeffekt auch durchsetzen müssen. Deswegen war das auch schon ein Thema, dass man möchte nicht zu viele Changes vielleicht haben, weil es auch letztendlich immer auf einem Steering Committee-Level auch noch mal diskutiert wurde. Der agile Fixpreis war im Endeffekt für diesen Implementierungsstrang und der war tatsächlich komplett durchgängig. Weil man aber eben, und das ist vielleicht dieses Dreieck hier, was man noch zeigen kann, weil man gesagt hat, okay, wir haben unsere festen Zeitabschnitte, drei Wochen, wir haben gefixt die Kosten, weil wir haben nur ein Budget von X, weil wir wussten ja am Anfang, als wir losgelegt haben, gar nicht kriegen wir es überhaupt hin, beziehungsweise reicht dieses Geld, um die Mondlandung zu schaffen und über den Scope hat man im Endeffekt dann das Ganze gesteuert und dadurch war der Preis eine Konstante in unserem Modell. Hatten Sie im Vertrag einen Risk-Share und wenn ja, wie war die Prozentaufteilung? Der Risk-Share hatten wir ja vorhin schon gesagt, es gab zwei verschiedene Stufen von Risk-Share das eine war, wir haben uns ja committed, wir liefern einen funktionierenden Sprint, der wurde dann auch mit KPIs tatsächlich überprüft, also da hat man im Endeffekt eine technische Prüfung gemacht und eine funktionale Prüfung, wenn das nicht, also letztendlich haben alle Sprints geklappt, deswegen war das, ist es nicht der Fall gewesen, dass wir da in irgendeiner Form Probleme gehabt hätten, aber tatsächlich war es so, wenn wir diese Ziele nicht erreicht hätten, die waren festgelegt, die KPIs nicht erreicht hätten, dann hätten wir im Endeffekt Nacharbeit leisten müssen auf unsere Kosten und hätten erstmal nur je nach Grad des Verfehlens kein Geld gekriegt für diesen Sprint oder nur 50%, das ist so mal die Pro-Sprint-Sicht. Übergreifend gesehen war es so, dass eben 30% im Endeffekt Rückbehalt waren, die beim Kunden geblieben sind, die dann im Endeffekt dann zur quasi bezahlt wurden, als dann klar war, ja, wir können live gehen, ja, wir haben unser Ziel gemeinsam erreicht, also unser Risk-Share war im Endeffekt 30% overall, da nochmal über das Gesamtthema gesehen. So in etwa, ja. Genau. Ich habe das richtig verstanden, also das Neashoring hat sich aufs reine Gurtscheiden beschränkt und die Leute waren auch beim Sprint nicht verortet. Die waren komplett in Bari, tatsächlich, also bei uns am Standort, die Entwickler. Man muss vielleicht dazu sagen, wir hatten hier noch eine sprachliche Hürde, wir sind vorhin nicht so tief rein, um den Rahmen nicht zu sprengen, wir haben eine sprachliche Vorgabe hier gehabt, nämlich das Fach wollte seine Fachanforderungen auf Deutsch diskutieren und unsere Kollegen oder meine Kollegen in Italien können zwar sehr gut Englisch, aber nur sehr rudimentär Deutsch und deswegen hat man gesagt, okay, wir schaffen es nicht, das komplett quasi mit diesem Sprachwechsel hinzukriegen, mit einem reinen Nearshot-Team, sondern wir hatten, das sieht man hier in dieser Preparation-Phase, noch ein kleines Team On-Site aus Business-Analysten und Software-Architekten, die im Endeffekt mit dem Business die Fachanforderungen auf Deutsch diskutiert haben und dann als Brücke auch Richtung Süditalien dann da waren. Was vielleicht noch zu sagen ist, ich habe gerade gesagt, die Kollegen sprechen nicht so gut Deutsch, was sie super sprechen können mittlerweile ist Bahn-Deutsch, weil wir alle Fachbegriffe auf Deutsch gelassen haben, weil sie hätten sie eh lernen müssen, auf Deutsch oder Englisch, ist dann auch egal. Weitere Fragen? Wenn alle Fragen ausgesprochen sind, würde ich sagen, ich bedanke mich für eure werte Aufmerksamkeit, für die tollen Fragen, für das tolle Zuhören, ich weiß, es ist schon sehr spät und wünsche Ihnen einen schönen Abend, hoffentlich und vielleicht sehen wir uns an der nächsten Beschaffungskonferenz vielleicht früher verweisen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.